So, noch wieder einmal umsteigen, geht es jetzt weiter. Ah, das war jetzt aber ein Haufding. Mal schauen, ob ich das so bewerkstelligen kann. Ich muss sowieso was anderes machen. Ich muss nämlich die Kriegkiste auspacken, dass ich da heute runterkomme. Bei dem Weg hat es nämlich richtig ordentlich ausgeschwemmt. Also, gibt es da heute kein Überüberfahren. Wie gesagt, kommen halt die Trinkkiste. Wie ihr seht, kein Problem. Kann man schön machen. Man muss nur wissen, wie. So, meine lieben Freunde, und da kommt jetzt dann das absolute Highlight. Da oben. Das ist jetzt schon fast ein bisschen dunkel heute da. Aber das kann ich mir nicht nehmen und lassen. Dass ich schaue, dass ich das in Kosten kriege da oben. Weil das ist... Oder erst die Sahne. Ja. 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 Da ist noch ein bisschen im Most reingeschwimmt. Aber ob ich da heute aufmog, ist halt eine andere Frage. Da habe ich halt ernsthafte Zweifel. Selbst mit dem Auto. Da oben. Aber... Wir halt schauen, dass ich einen Weg finde. Also, das ist auf jeden Fall einmal nett. Woops. ¡Woah! eta Wöhntüman Wow, wie schief das der hier hängen mag, das ist unglaublich. Also jetzt macht er mal wirklich schön langsam sprachlos, jetzt macht er mal wirklich schön langsam sprachlos, also da, das ist ja wirklich allerhand, was der da auf wird. Bist du Tebert, ja, bitte schaut euch das an, das sieht man ja gar nicht auf dem Video, wie steil das ist. Ja, da wird es dann aber wegdrehen, das wird ja der nächstgrößere, ist sehr gut. Wahnsinn, 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 so, vielleicht kann ich euch von da aus dem Ort ein bisschen vermitteln, da durchhauf ich. Da ist richtig ordentlich, ordentlich was. So, und weiter geht's. Schau, aber genau hat er dort eingehängt. So, und jetzt dann, meine lieben Freunde, das zweite Highlight, die Todesbrücke, zwei Meter hoch, und da sind wir auf dem Weg. Ja, die kommen aber von der Seite. Weil von der Seite ist es ein bisschen schwieriger. Das aufpassen wir, da hat es sich so ein bisschen runtergeschwemmt. Also, ein paar Arbeiten werden notwendig sein, wenn ich mit meinen Freunden und Kollegen da wieder fahre wieder vor, vorwiegend Reinigung zu arbeiten. So, jetzt geht's dann zum Highlight. So, jetzt, meine lieben Freunde, jetzt wird's richtig heavy. Nämlich die Auffahrt, die Auffahrt auf diese Drücke jetzt richtig zum Erreichen. Ich trau mir es fast nicht zu sagen, ich trau mir es fast nicht zu sagen. Am besten ist, ich bin ja ganz still. So, ich muss jetzt die Position wechseln, dass ich von vorne ziehe. Ohne zum Abdrehen. So, was ist denn da passiert? Hab ich da umgeschaltet, ne? Also, das wäre jetzt noch drei Monate die totale... Hammer! 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 So, wir wechseln die Stallung wieder einmal. So, meine lieben Freunde, wir machen aber trotzdem einen Cut, weil ich habe schon wieder 12 Minuten. Weil es wird noch einmal super spannend, klasse. Bis Teil 3. Bis zum nächsten Mal.